Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti Bärmann. Mein Name ist der Mutti Bär. Ich bin der Rob. Das ist der Rob, genau. Und wir spielen gegen einen Zerg, Terranau-Spieler. Terranau. Und vergesst nicht abonnieren, jetzt mal am Anfang. Genau. Als ihr bis zu Ende guckt, abonnieren. Genau. Lieber abonnieren, als zu Ende gucken. Nein. Nee, es passt schon. Erst abonnieren und dann könnt ihr weitergucken. Richtig. Richtig. So, gegen Zerg, Terranau. Juhu. Abonieren ist wichtig. Es hilft uns. Ja. Wir brauchen kein Geld. Es gibt uns ungemein, es motiviert und... Was sagst du? Wir brauchen kein Geld. Wir wollen nur Leute, also Videos für Leute machen. Wir wollen nur Follower. Wir sind Follower-Guy. Nein. Ja, wir sind auch immer Follower-Guy. Nein, sind wir auf jeden Fall. Mit 208 Leuten, der Follower-Follower-Guy. Wir brauchen mehr. Immer mehr. Ja, vielleicht haben wir ja dieses Jahr die 500. Das wäre schon echt... Das wäre echt ein Träumchen. Genau, die 5000. Das wäre echt ein Träumchen. Also, dringet euch an, abonniert. Genau. Fakt eure Freunde, die uns einfach abonnieren. Guckt unsere Videos. Helft uns. Ja, gucken müsst ihr nicht mal. Ob sie abonnieren. Nee. Nee, gucken müsstest du auch. Das bringt ja auch nicht von der Abos hast, die nicht gucken. Ja, eben. Nee, lieber gucken und abonnieren. Beides gleichzeitig. Also, wer noch nicht abonniert hat, einfach abonnieren. Genau. Wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Werbung, sonst wird es eine Dauerwerbesendung für uns. Ja. Ihr müsst heute abonnieren. Eingeblendet. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Und im Übrigen... Ähm... Irgendwas muss ich sagen. Ich wüsste nicht mehr. Müsst ihr abonnieren, ja. Genau, ihr müsst abonnieren. Habt schon abonniert. Ich glaube, es servt euch dann langsam in der Zeit, ne? Ja, wie gesagt, wir machen oben drüber dann noch Dauerwerbesendung. Ja. Oh, es ist mich fast... fast mein Nexo verkackt. Ist nicht gut. Ein Terraner. Ich hasse Terraner. Achso, genau. Wenn ihr noch keinen Account habt bei YouTube, macht einfach einen. Nur, um bei uns zu abonnieren. Weil ihr guckt... Es gibt ja Leute, die gucken einfach unsere Videos. Die haben... Irgendwie keinen... Account, ja. Ist halt so. Ja. Verstehe ich nicht. Damit unterstützt ihr uns. Ja. Damit die gucken und schließen uns ja auch. Ja, klar auch. Werden wir nur Werbung schalten sollten, was wir nicht machen. Weil man es nicht dürfen. Die Werbung würde ich auch nicht schalten. Wir sind zu klein für Werbung. Das lohnt sich halt auch noch nicht. Quatsch. Das lohnt sich nicht. Jetzt kommt so langsam mal wieder alles durch, was ich alles so gemacht habe, wo ich noch 100 Tage Challenge gemacht habe. Du hast mal noch 100 Tage Challenge gemacht? Was ist denn da passiert? Ja, ich habe noch 100 Tage Challenge gemacht. Aber die hast du doch glaube ich nicht fertig gemacht, ne? Nein, die habe ich nicht bestanden. Aber ich bin bis zum Tag 75 gekommen. Denn es fehlt. 75% nur. Also wie immer. Reicht doch. 75% sind besser als 0%. Ja. Reicht das bestanden, ne? Genau. Ab 50%. Es ist vielleicht noch eine 2. Ja, das ist doch noch eine 2. 75% können noch eine 2 sein. Ist doch perfekt. Ich habe nichts. Ist gut, dass er bei mir einfach vorbeifährt. Ja, ist schön. Ich habe mich auch noch nichts. Aber jetzt habe ich was. Er hätte bei mir jetzt echt viel töten können, ne? Ich habe noch keine Queen. Und ich habe... Ja! Kill! Kill doch, verdammt! Ach. Die Templar. Ich bin safe. Uh. Hat er nur gescoutet. Ich bin nicht Gas. Ich bin nicht Gas. Ich muss... Und... Ach. Ne, doch nicht. Ne, ich habe gekrono boostet. Achso, habt ihr eigentlich schon abonniert? Genau. Krono boostet den Abo. Krono boostet den Abo. Krono boostet den Abo. So, ich gehe scouten. Das ist schön. Die Echsen. Scheiße. Ich wurde ein Klon gestern. Boah, ich dachte, es kommt hier. Ein weiterer Dings, äh. Ein Orakel. Ein Orakel, ja. Aber es ist ja, kann ja nicht sein. Ne, ist unmöglich. Da hätte ich jetzt auch gestorben, wenn der Gegner jetzt ein Orakel gebracht hätte. Da kommt eine Armee, ja. Das ist schlecht. Ich habe drei Watches. Fuck. Und bin Supply Block. Hahaha. Es ist vorbei. GG, ne? Quatsch. Joa, das sind zu tausend Dinger, ey. Da habe ich keine Chance. Ich komme. Das muss nur zu spät sein. Ich bin hier. Löst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ja, das ist aber auch ein All-In von denen. Da hol ich den Dings ab. Unser Ruhmreicher Kampf hat begonnen. Wollen nur meine Arbeiter. Du, ich habe keine Arbeiter mehr, ne? Hast du Geld? Ne, ich brech die dritte ab, oder? Ja, brech die dritte ab. Oder hast du Geld? Dann nehme ich Geld. Ne, 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 ne. Ja, ein bisschen Geld kann ich dir geben. Extra. Kannst du es halten? Ja, ja. Dann holen wir ihn jetzt mit dem Quad dicht. So, warte ich mir gleich Geld geben. Das sind wir eh hier hinten dran, ne? Quatsch. Der, 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 der ist schon, hat auch. Ja, aber ich habe Echo verloren. Dann baue hier Echo nahe. Wenn du Gas übrig hast, ich nehme ein bisschen Gas. Das kann ich gerade nicht meinen. Ich habe kein Gas. Minerals sind alle, ne? Brauchst du Minerals? Wenn du was hast, wenn du es übrig hast, ich nehme. Ja, ich gebe es dir. Hier. Feuer frei. Das war jetzt zu viel. Da habe ich gerade keine Larven. Ja, dann gehst du wieder zurück. Okay. Dann gebe ich dir 100 Euro zurück. Das kriege ich alle. Gut. Ich produziere jetzt gerade Troppen. Bei dir steht da irgendwas? Irgendwo. Okay. Ja, die holen wir. So, ich brauche jetzt Gas. Wie gesagt, ich fange jetzt wieder an mit Gas meinen. Okay. Dann brauchst du mir erstmal King Gas geben. Ihr benötigt mehr bis King Gas. Ihr benötigt mehr bis King Gas. Ihr benötigt mehr bis King Gas. Mein Name. Ihr benötigt mehr bis King Gas. Wie gesagt, der Zerg hat sich damit aber auch committed, ne? Ich kann X-Bornen. Ja, aber die haben halt King. Die haben die Bike gemeint. Da kommen sie. Ganz viele Dinge. Ganz viele Dinge. Ja, das ist keine Chance. Da ist ein Tank dabei. Ja, warte. Ich komme. Ja, das ist keine Chance. Da ist ein Tank dabei. Warte, ich komme. Ich muss die Linken aber erst killen. Mach das. Ich habe alle Arbeiter geslapet. Jetzt. Ja, die rollen mir alles ab, ey. Wir haben hier immer noch was. Na klar. Die sind gut, ey. Die sind nicht gut. Die Sterne stehen gut. Ja, Geld ausgeben muss ich. So, ich gehe jetzt angreifen. Mach das. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Fluren gebaut. Shit. Ich habe keine Minerals gegeben mehr auf 5.000 wenn du brauchst. Dann brauche ich erstmal nicht. Also nicht 5.000 aber. Ich komme einfach mit, wenn du was hast. Ich schicke alles noch her. Ich habe nicht viel. Da kommen wir mal auf die Linger. Ja. Oh man. Ich gehe mal auf den Sack. Da ist meine Ego gleich weg. Oh. Ich komme nicht kurz jetzt an. Da hat ziemlich viele Marines. Das ist gut. Was hat das gemacht? Ja, ist zu viel was da kommt. Schaffst du nicht? Da habe ich zu viel verloren. Ist vorbei. Wenn sie jetzt rüberkommen nicht. Was ist das langsam war? Habe ich überhaupt ein Dings gebaut? Habe ich überhaupt gebaut? Traded Council. Scheiße. Das hat mir jetzt gefehlt. Ja. Hier habt nicht gelügend Mineralien. Hier habt nicht gelügend Mineralien. Hier habt nicht gelügend Mineralien. Ach, Shit. Was ist das? Was war Shit? Ist jetzt egal, vergiss es einfach. Habt ihr schon abonniert. Das Spiel ist vorbei. quatsch ich muss alles wieder aufbauen wir haben bestimmt schon 5000 echsen ich glaube ich nicht ich denke der zack hat nicht viel ja es wird hier jedes mal wurde alles weg Ah, da ist es aufgebaut. Ja, ist vorbei. Ich kann mich nicht auf den Stausen aufbauen, ey. Wir haben doch schon die Gold-Echse, ne? Ja, ja. Kein Stress. Ich mach vielleicht nochmal einen Angriff. Ich komm zu nichts. Ich mach einfach weiter. Einfach weiter aufbauen. Ja, ich komm hier gut auf. Noch haben wir nicht verloren. Hier kommen wir gleich über die Lampen, stimmt. Ich bin halt one-base. Da kommen sie. Bei dir da. Ja, ne, freilich, Alter. Das ist richtig asideran. Das ist vorbei. So, ich mach jetzt ein Go. Wir holen sie ab. Die Lampen befinden sich im Kampf. Ihr habt nicht gelügend Mineralien... Wirst du gucken, dass du den Tropfer verteidigst. Ja, ich hab' ich nicht. Ich komm jetzt zu dir darüber gleich. Ja, komm mal rausgehen. Ich hasse die eigentliche. Ich... Du willst jetzt mal weiter fighten? Ich will bis zum Schluss fighten, bis ich verloren habe. Ja, das Spiel ist verloren. Wir stellen uns der Dunkelheit. Da sind sie nämlich noch. Die Lobos. Was sind wir denn aufs Hörer? So, und weg ist die Zag-Army. Thanks. Ich hab' mich aufgebaut. Und Storm. Und los, komm. Ich hab' jetzt nichts mehr, ne? Mutas. Shit. Ach, die Mut, dass wenn die Mut, dass ich nicht gekommen wäre. Shit-Mutas, ey. Bei mir haben sich alles abgeräumt. Ich hab' sie gekommen. War's denn nicht schlimm? Ich konnte dir aber nicht helfen. Ich hab' gerade... Jetzt kommen Mutten, ne? Ne, ich so wie jetzt. Ich hab' meine Base. Ja. Die Hände sich jetzt tief. Die Hände sich jetzt auf jeden Fall am Boden. Ich kann nur Gas geben, mehr habe ich nicht. Ja, die Mutten spiegeln jetzt mit mir, ne? Ja, das ist echt nervig, sowas. Und bei Terranor kommt es nicht rein, weil der alles voll. Ja, der Terranor ist immer wo ich bin, also ich werde schon alle getroppt. Ja, das haben sie im Linken gescoutet. Ich hasse das. Wo ist denn der Typ? Da unten steht doch, da schießt sie bei dir hoch, ne? Das ist auch so ein Gimmick, der ist einfach über. Ja, wir können rausgehen, ne? Ja. Na, der hat voll aus dem Marines. Du hast... Ja, GG. GG. Einfach nur Assi getroppt, hin und her. Ja. War gut. Ist aber nicht schlecht, ja. Irgendwie sind die ja zwei, ey. Achja, abonniere nicht vergessen. Nur beide haben wir ja. Der Terranor halt. Ja. Du kannst halt alles mit Terranor machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Abonniere nicht vergessen. Ciao, ciao. Abonniere nicht vergessen. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020